Servus, grüzi und moin moin. Aus der Schweiz. Tag vier beginnt, der vierte Tag und wir haben erneut eine ganze Menge zu erzählen. Lange bevor der West des Hotels wach wird, denkt man, nein, es sind schon zwei Leute hinter uns da. Allerdings, der Großteil schläft noch, sieben Uhr, ist ja auch nicht unbedingt die Zeit, in der man im Urlaub aufsteht. Wir haben keinen Urlaub, wir müssen hier arbeiten und wir arbeiten hier gern und wir haben hier auch eine ganze Menge zu berichten. Gestern Nacht spät kam der heiß erwartete Neuzugang aus Leverkusen, Ex-Leverkusen, er hatte ja keinen Vertrag mehr, aber er kam an. Du warst dabei. Ich bin jetzt bald, ist da, genau. Es war ungefähr 23.30 Uhr, als er hier am Hotel ankam. Wurde herzlich empfangen von Dietmar Beiersdorfer und Peter Knebel, musste gleichen. Nicht nur, es war eine komplette Delegation, also mit Kamera, mit HSV Total. Übrigens für alle, die es sehen, HSV Total könnt ihr in der Zeit des Tänislagers hier alle umsonst schauen und es lohnt sich, zwischendurch auch mal reinzuschauen. Interessant wird natürlich heute auch sein, Valon Barami soll heute kommen. Es gab im Vorfeld viele Diskussionen, kommt er überhaupt, will er überhaupt kommen, soll er überhaupt kommen? Der letzte Stand gestern Abend, 22 Uhr, war ja, er kommt. Er kommt, er hat noch keinen neuen Verein, also er muss kommen. Bruno Labbadia hat gesagt, er ist ein Spieler des Kaders, wie jeder andere auch, wenn er denn keinen Verein findet und zum HSV stößt. Der Vertrag läuft noch. Insofern, was soll man auch sonst sagen? Es wird so formuliert, was am Ende dabei rauskommt. Es gibt ja immer wieder diese schwierigen Geschichten mit Flugverspätung und dergleichen und am Ende ist der Spieler dann doch noch bei einem anderen Verein untergekommen. Der HSV hofft darauf, das kann man sagen. Der HSV hofft immer noch Transfers benutzen kann. Gestern hatte ich die Möglichkeit, mit dem Berater von Maxim zu sprechen. Das ist der erklärte Wunschspieler von Bruno Labbadia, den er in Stuttgart damals auch hochgezogen hat. Er hat ihn zum Profi gemacht. Maxim würde sehr, sehr gerne nach Hamburg kommen. Das sagt der Berater auch. Der Berater sagt allerdings auch, dass die Vereine natürlich sich erstmal einigen müssen und dort liegt natürlich noch eine Menge Diskrepanz. Und zwar fordert der VfB Stuttgart den Vernehmen nach sechs Millionen Euro. Der Spieler selbst will natürlich auch noch ein bisschen was verdienen. Das heißt, rechnet man das noch dazu, dass man schnell mal bei sieben, acht Millionen in einem Jahr für diesen Spieler und das kann der HSV noch nicht stemmen. Deswegen hat er wieder einmal natürlich wie eigentlich durchgehend Kontakt zum Investor und Mäzen Klaus Michael Kühne. Glaubst du daran, dass der Herr Kühne noch einmal seine Schatulle öffnet und dem HSV diesen Spieler ermöglicht? Ich denke, er wird es sich letztendlich nicht nehmen lassen, gerade wenn Maxim sein Wunschspieler ist und da vielleicht die eine oder andere Million noch fehlt. Maxim ist natürlich ein ähnlicher Fall wie Sakai. Hat zuletzt nicht mehr das gebracht, was er noch unter Bruno Labbadia gezeigt hat. Aber es ist natürlich die Chance, dass er vielleicht hier unter seinem, man kann es vielleicht sogar sagen, Lieblingstrainer zu alten Leistungen anknüpft. Und von daher, wenn er Herrn Kühne davon überzeugen kann, vielleicht öffnet er da doch noch an. Ich muss allerdings sagen, Maxim ist ein Spieler, wo ich mich immer sehr gewundert habe, warum er nicht gespielt hat. Und ich habe auch mit Huub Stevens mal darüber gesprochen kurz und gefragt. Und da hat er gesagt, dass es natürlich immer toll aussieht, wenn ein Spieler nach vorne tolle Sachen macht. Und bei Maxim ist das zweifellos so. Der ist sehr schnell, er ist relativ zweikampfstark. Er gewinnt die Bälle auch mal in der Rückwärtsbewegung, um wieder schnell nach vorne zu kommen. Allerdings, sagte Huub Stevens, hat er ein nicht allzu diszipliniertes Defensivverhalten. Und wer Huub Stevens kennt, weiß, dass der großen Wert auf gerade das liegt. Insofern, ja, Maxim hat die Qualität, die Bruno Labbadia will, nach vorne. Ihm fehlt es vielleicht ein wenig nach hinten. Aber ansonsten glaube ich, wäre das ein Spieler, der neben HSV sehr, sehr, sehr gut tun kann. Ob er 6 Millionen schon wieder wert ist. Das Problem bei der Sache natürlich, wissen die anderen Vereine auch, dass der HSV einen Mann wie Kühne im Hintergrund hat, der vielleicht eventuell noch bereit ist, da etwas dazuzugeben. Von daher ziehen sich die Verhandlungen mit den Vereinen da doch immer länger hin, als eigentlich gedacht. Ähnlich ist es mit Emil Berggren, den von Eintracht Braunschweig, ein junger Stürmer, ein talentierter Stürmer, der sich mit dem HSV einig sein soll. Aber auch hier, ähnlicher Fall, kostet eine Million Euro. Das ist dem HSV zu viel. Aber Eintracht Braunschweig schaltet im Moment auf stur und sitzt da auch am längeren Verhandlungshebel. Ja, aber im Endeffekt muss man sagen, dass der Spieler erst ein halbes Jahr an Braunschweig ist. Dabei ist er aufgefallen, auch den HSV verantwortlich. Wobei man sagen muss, dass der HSV nicht der einzige Feind ist, der hinter Berggren her ist. Insofern wird das dort auch wieder ein kleines Wettbieten geben. Ob es dann am Ende zu einer Ablöse von einer Million Euro langt, das weiß ich nicht, bewahre ich auch zu bezweifeln. Ich glaube, dass der HSV aber trotzdem beste Chancen hat. Denn man kennt es, wenn ein Spieler mit einem Verein schon so weit ist, so weit einig ist, dass eigentlich alles klar ist. Wir kennen es von Chalanooglu, wir kennen es von hoffentlich nicht. Aber offensichtlich entwickelt es sich in dieselbe Richtung von Thar. Ja, warten wir ab. Wir warten es ab. Heute will sich Dietmar Beiersdorfer äußern. Heute Mittag werden wir mit ihm sprechen. Da die eine oder andere Neuigkeit erfahren, wie es gerade in diesen Personalien weitergeht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal frühstücken, während gleich im Hintergrund die HSV-Spieler, da sind sie auch schon, ihre Stabilisationsübungen machen. Danach geht es zum Training. Heute Vormittag um 10 Uhr. Und heute Nachmittag dann die zweite Einheit mit Emil Spahic, mit Johann Giroud. Genau. Mit Ivica Olic. Und mit uns. Und mit uns. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.